haha Saddam Saddam Hussein Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge H1Z1 Battle Royale zusammen mit Behrwald FreshFresh Äh FreshFresh Frisches Fleisch Ich will Fleisch Wer auch immer Behrkanistan ist Wir landen wieder mittleren vor Ort würd ich sagen Ja mittleren vor Ort Sind ganz schön wenig 72 schon ne Wollt schon sagen FreshFlesh Weil du immer Edelsalami isst Vorsicht du im oberen Ort landen schon mal andere Ich hol mir ein Auto Nimm die Sparkplugs raus Hab die Sparkplugs Wer ist denn da ganz unten gelandet? Bayer Ich bin wieder Mittelstraße Ich bin ganz unten an der Straße Also an der untersten Straße von vor Ort Ja bin ich auch gelandet Da hab ich mir das Auto geholt Ja schön Und ich hab hier ein Haus wo nix drinne war Und die AK hab ich mir geholt Ach du Scheiße ich bin unten bei Nein mein Charakter bewegt sich nicht Wer bewegt sich nicht? Mein Charakter ist eh wieder dieser Back Aber auch so dass ich noch einigermaßen irgendwie Welches Haus bist du reingerannt? Hier neben dir Weißkarne Oh mein Gott das ist Wo seid ihr denn überhaupt alle? Ich hasse dies den Back Mittleren Vorort Super ich bin bei der Kirche Nice Läuft bei dir Kommt hier hinten raus einfach irgendwie An der Polizeistation vorbei Ich bin irgendwie da drüben runtergekommen Irgendwann ja das dauert aber noch ein bisschen Wir looten erstmal hier Ach du Scheiße da kommen ja immer noch welche von oben runter Jetzt erst Wenn die lange brauchen dann ist das Wie einfach meine Waffe aussieht Shit Auch First Person Kacke oder nur? Ja First Person geht Also dann immerhin Aber Third Person ist unglaublich Du bist hier ins erste Doppelstock reingerannt oder? Ja Ach du Scheiße da läuft schon einer rum da drüben Oh Berkan ist tot Nööö das gibt's nicht Papa Schlumpf Ich will ja nix sagen noch ne AK Hab jetzt zwei AKs Hilfe dich Ja ist echt schön Ich glaub ich setz mich jetzt hier einfach bei den Busch wie ich immer gar nix finde in diesem scheiß loch hier ich bleib hier sitzen und warte bis ihr kommt mich abholt lassen wir heute nicht bei ihr abholen oder doch das wäre gemein ich hab zwar nix aber ist egal wie hier keine waffen in dem doppelstock hier liegen vielleicht war schon jemand vor dir da nein da war noch keiner wartet jetzt auf dem scheiß aus auf dich da war noch keiner in dem loch hier will dir mit der ak guten tag sagen bei mir liegen nur pistolen rum da drüben rennt einer eieieiei Eifel du bist mittlere straße ne nicht mehr ich bin jetzt eine darunter also wahrscheinlich eine straße südlich da wo das auto gerade fährt nö dann nördlich wieso sehe ich einen grünen pfeil ich bin ich bin eine hier steht noch ein auto wir haben das auto übersehen keine ahnung ah hier ja ich sehe dich oh wer ist denn wer ist denn hier ihr habt das auto übersehen ne echt also soweit war ich noch nicht aber es ist ja weg der grüne pfeil ja das war ich wahrscheinlich ja super hier ist nichts drinne ey ich muss unbedingt first person spielen weil third person geht gar nicht ich bin grad hier in dem haus ne drüben steht auch noch ein auto ach du bist in dem blauen haus oder was ja ja mit den autos der kommt hinten rein ich sag doch was ich schau mir grad mal die texturen so an was macht Eifel da keine keine richtigen waffen hier ey ich wollte nur schauen ob ding drin ist sparkplugs und so weiter hab ich schon alles rausgenommen aber wir fahren auch mit dem auto weil das voll Sprit hat ne äh kommt man mich abholen ja komm wir gehen erstmal bei abholen Alex komm mal mit und da hinten in das weiße doppelstockhaus nochmal rein weil wenn du mich abholst ich bin draußen das ist so geil wenn ich T drück ich stehe im auto das Dimbach kenn ich den weil dann kann ich mich noch zu B2 hoch ja wir können erstmal gucken was die Savezone gar nicht sagt also ich bin D7 herunten bei der Polizeistation vorbei und dann ein Stückchen äh wenn ihr aus Cranberry kommt rechts äh im Wald mhm dann hier habe ich irgendeinen Pfeil von euch sicher ich nass dich der läuft auf jeden Fall gerade ja ich bin gleich fertig hier im Haus ich komm gleich raus ja wir müssen auch dann Bayer abholen weil wir müssen hoch in welchem Haus bist du? ich bin hier in dem Weißen Doppelstock ah dat dann jump rein jump jump jetzt ist es eben nochmal alles durchgelupen weil ich hab das jetzt nur ne Schrotflinte reicht Gassenhauerin hehehe hehehe ja die hab unsere Idee geklaut schnitzelfrecht ja habs weiss wo ich bin es steckt drin und so Gassenhauerin ist tot ah der Biervampir wurde getötet der TwitchTVKyler01 der war letztens auch ach ja stimmt den hatten wir schon mal in der Aufnahme oh jetzt kommst siehst du mich? Pfeil nö ehrlich gesagt nicht äh links müsste irgendwo sein beweg dich mal ein bisschen steht da vorne einer? ja da ist einer drinnen hinten da hüpft jemand rechts naja der ist der ist weg egal da ist noch einer wo? der ist grad ins Haus reingerannt fahr hier los weg ach naja das passt ja fahr hinten raus aus Cranberry äh was ist das da vergeud ich da vergeud ich nicht mal meine Munition da vorne ist ein Pickup aber jetzt müsstest du es beim Pfeil aber langsam sehen Eifel schießt immer noch nicht was soll das? hehehe ich seh dein Pfeil immer noch nicht ich hab keine Ahnung wo du bist du musst dich bewegen bei der Brune sollte der Ausrichtung äh Ding hier äh Richtung Brugigfarm ja und dann? wo dann? ich bin an der Farm wer bist du noch nicht? Eifel wo bist'n du? schau nach links ach da hinten ja links ja da wo bist'n du hingelaufen? ja ich hab mich irgendwo versteckt wie soll ich dich denn da abholen ne? ich muss hier rumfahren ums Feld ich hab nämlich keine Waffe gar nix hehehe na dann steck ein setz dich nimm den Keks war ich auch nicht krank gesehen wir fahren zu geheimen Base ich hab gar nix ich hab nur zwei AKs ich hab nur zwei AKs ich hab nur zwei AKs Vorsicht! Zorn ist der durchsichtig? ne es war soo hat soo ausgeschaut denn bis wohin geht'n der? wohin geht'n jetzt wieder längst dann kommst du vorbei wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier hinten auf der vor uns ist ein Gegner vor uns ist ein Gegner da rein er hat mir grad mit der Schuhe mit der Schuhe mit der Schuss Eifel ein ne doch nicht doch der Fahrer ist tot oder? das sah so aus ich weiß nicht einfach weiterfahren wer wurde von euch erwischt? äh ich hab auch 75 74 73 äh moderate 72 moderate dann gehts komm hinterher wir fahren nochmal vor uns ist jemand das reicht um abzuschrecken jetzt kommt keiner mehr hin von denen ich will mich jetzt hier ja der CV ist tot keiner der freut sich 64% ja ich halte gleich an da vorne an den Bäumen rechts ja ja lass mal raus hier muss gar nicht aussteigen kannst dran bleiben ja ja ne ne ich muss noch warten bis du stehen geblieben bist dann aber wie ich es einfach nicht benutzen kann oi 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 dass es auf der Ladefläche noch gepackt ist ja kann sein so fahr los ja sofort ich hab jetzt zumindest eine Bandage und ich geh wieder langsam ins Plus hoch also du lootest nicht mehr also du lootest nicht mehr ich will nichts sagen aber die Bomben waren fast genau über uns ja und die haben zwei andere mitgenommen scheinbar boah boah guck doch mal da vorne fresh der kam aus dem Nichts kannst du eifel fragen bleib mal kurz stehen nochmal ich wär mir da nicht so sicher jetzt kommt der so der arbeitet immer noch ja dann verwend dich wie mach ich grad so kommst weiterfahren der kam aus dem Nichts ich kann dich natürlich auch von deinen Quallen erlösen wenn du das mit deine Mund verballern die paar Schuss die du noch hast ich hab jetzt noch 24 Schuss für die äh Schöpkan ne warte rechts und Schüsse was war das zählen müsste gelernt sein hat einer geschossen ne da war noch irgendwas anderes irgendwie Steine oder so oder was kann sein aber wir sind da drauf gehüpft scheinbar ah komm wieder ein Flugzeug das hört sich nicht gut an ah links von uns Glück gehabt ja interessant ist dass die Explosionen die hab ich gesehen ja erst waren und dann kamen die Bomben runter ja das ist normal das ist bisschen verpackt aber auch nur leicht verpackt da ist ein Haus ja ja das ist hier das äh Haus des Todes die Strecke ist das hier wo wir vorher schon mal drin waren glaube ich oder ja wo du fast gestorben bist weil wir dich abgeknackt haben wer hat sich abgeknallt der Fransch der Schrotflinkel hat mich getroffen und du hast mir noch ein Magazinpistole reingeschossen ach hier ist der AirDrop ja fahren wir mal schnell dran vorbei ne das ist kein Mensch guck ist die Base überhaupt ja die Base ist safe oh jetzt komm ich oh oh ja deswegen fall ich schnell ja wir sind aus der Schneise raus alles gut wir haben noch 50% Sprit gleich bei mir zeigt er 9% an ja ja aber danach haben wir noch 50% hoffen wir mal dass in der Base was drin ist ja viel Spass beim Looten ich tank schon mal zweimal ich geh mal hinten rein ich geh mal hinten rein die Shotgun ein Molli ein Hut würde ja Bayer schon mal helfen die Shotgun ja wo ist die Shotgun hier hinten ich lass die auch extra die Munition legen weil ich ja kein Arschloch bin hab ich auch nie behauptet ich hätte die Muni jetzt genommen ne ich hätte es auch gebrochen können du hast doch 20 Schuss oder was äh 22 ja das reicht doch war hier nicht immer noch was gelegen jemal ne Piste liegt da aber sonst nix oder lag da die hab ich gerade schon die Munition eingesammelt so warten wir mal kurz bis das Gas am Rand ist wo wir hin müssen wo ist ein i4 ja der gönnt sich ein bisschen Pause so jetzt schnell weg Bayer ist nicht da komm schnell der ist nicht beim Kacken 3,4 Gas geben go 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 immer so ahhh nicht reingekommen au hast du damage gekriegt da kann ich nicht noch hochheilen mit den Verbänden auf 100% wie viele Verbände hast denn du jetzt hä hast du die Verbände gesammelt oder was ne das sind halt die die ich dabei hab ach so jetzt schauen dass ich mich so weit wie möglich hochheile machen die nur noch 5% ne ne 10 Gott dann war ich bei 62er Runden also ich finde in dem normalen geschlossenen kriegst du weniger Schaden in dem normalen geschlossenen in dem normalen geschlossenen in dem in dem in dem äh nicht hier mit dem Britschen Wagen ach so ja klar du wirst ja weniger getroffen mhm hier kriegst du voll aufs Maul ja außer i4 der sitzt bequem auf dem Beifahrersitz chillt seine Base ja cool die sind 14x3 380er Schuss hier ja die hab ich da reingepackt gerade weil ich die nicht brauche gut also ich bin hochgeheilt wieder ja wir warten gerade auf die neueste Safe Zone ja gucken wir mal was da so kommt G2 ach da oben G2 da genau an dem an dem Fleck da ist nur ein so ein Punkt da sind wir ziemlich weit links mittig ja ja dieser komische sieht aus wie Dreckfleck ja ja da denkt man da wär was auf dem Monitor aber ist nicht ja bei mir bin ich mir da nicht sicher ja bei mir normalerweise auch nicht aber da ist wirklich nix außer bei uns allen ist genau derselbe Fleck haha auf dem Monitor so Pleasant Velgi ist gleich komplett raus irgendwo müssen Niedergelang kommen das Interessante ist wenn du umschaltest zwischen äh First Person und Normal ist der Zielpunkt ganz woanders naja ist normal jo und neue Safe Zone ist ich glaube wir können bleiben ja ich glaube auch naja ja dann können wir mal sollen wir in die Base also wieder oder was ja ja man kann sich noch die 380er Moon aus dem Auto nehmen der sie gebrauchen kann ich brauchst dann mehr also ich stapp nochmal die T-Shirts hier die hier rumliegen und mach nochmal naja mach die mal noch Bandagen also drüben ist das scheiß Flugzeug naja weit genug weg red 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 ich hab deinen Kopf im Visier bei ja das ist lieb von dir ja das ist lieb von dir ja ich schütz das ich mach Helmteste neuerdings weißt du ja ich will mal testen was der Helm so aussieht ja was soll ich eigentlich eine Metal Bar hast du eine? ne ne kannst du ja craften hier ja aber brauchst du ja ein Art Zeug für und das findest du nicht Scrap-Mantile kannst du nicht finden ja leider sonst könnte man so ne schöne Base hier hinzimmern Opala warum schießt du? ich wollte eigentlich mit der Faust zuschlagen oooooh oooh 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 dass du damit nicht umgehen kannst das wissen wir ja ich brauch so nen Müll einfach nicht ja ich hab halt einfach bessere Sachen ja ich hätte mit den Fäusten heute niedergestreckt ne ja na ich leg mich mal hier hin auf die Couch na hier kommt man nicht mehr hoch also ich schneide meinen Schliebel nicht auf ja wo liegst denn du? ja hier drin in dem komischen Ding hier kapuff im Wohnwagen ne ne alle Richtung da rüben in diesem weißen Ding ach da hinten ich hab mich hinten bei den Fässern versteckt du nennst das Couch hier ach so ja ich nenn das Matratzen aber ok oooh oooh gar nicht so weit weg i4 ist wieder an seiner Pussy ja da klacks hast du rausgenommen ja ich komm nicht über dich drüber ja ja gut guck mal ob ich was seh aber ne er war aber nicht weit weg na der war schon noch ein kleines Stück der war hinten bei der anderen Base da so extrem weit war er jetzt nicht weg da hast du recht ne er kommt ja bestimmt her wenn er das Auto hier stehen sieht die Sache ist da ist alles grün da sieht er das Auto sehr wahrscheinlich nicht außer er weiß von der Existenz dieser Base dann sieht er das Auto ja er weiß wie viel ich sag mal die 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 am E... die oft spielen die kennen die Base mit Sicherheit ja wobei wir haben die auch relativ da ist einer hab ihn juhu i4 verbinden mich hat er auch pass auf dass hier nicht noch einer reinkommt mich hat er getroffen ich muss mich auch verbinden ja ach dich hat er getroffen ja hat er in die andere Richtung geziel kann sein dass vielleicht ich das war weil ich genau in deine Richtung geschossen hab das kann natürlich auch sein ja das ist wahrscheinlicher aber der hat dann nach rechts geguckt zur Eiffel ich hab ne AR jetzt das stimmt ich hab in die andere Richtung bei er hat ihn schön gelootet oh hast du den nächsten Schuss gehört? ja aber der war ziemlich weit östlich ne der Erdorp ist auch weit genug weg ok komm dich da von links also aus dem Süden dann aufpassen Eiffel vielleicht hinter die Wand gehen da schießen glaub ich aufs Auto glaub ich ja nicht dass der im TS hockt mit irgendjemandem ja kann sein ne aber der hat uns nicht alle hier gesehen der hat nur ein äh zwei gesehen der mich hat er gesehen weil ich da war also mir kommt's vor als ob der Typ gerade aufs Auto geschossen hat also zumindest brennen tut das Auto noch nicht nächstes können wir sitzen bleiben wir können hier bleiben wir können hier bleiben wo steht denn das Auto vor der Bass? ja ja direkt vor der Bass müssen nur Sparkplugs rein oh ja das war Schüsse auf andere wahrscheinlich ja ja das hast du ja gesehen hier ja äh die kommen alle glaub ich jetzt hierher irgendwie aha der nächste die waren im Team TR, Blackberry und Blueberry also ist da noch ein zweier Team die nächsten das ist jetzt ziemlich nahe ja das war echt nah ja das war echt nah ja das war echt nah immer schön aufm Eingang zielen jetzt und nicht so offensichtlich hinhocken Eifel vielleicht mal ganz nach hinten bei dir in der Ecke ja ja mach ich mach ich damit du direkt rüber gehen kannst zu Nord damit du nicht abgeknallt wirst hoffentlich kommen die nicht von oben also ich müsste mit Z eigentlich liegen ich hab mich hingelegt also wenn die uns wirklich wegsnipern wollen dann holen die erst Alex und mich von der anderen Seite halt von oben oder? vom Berg? ne von äh Westen achso durch das vom Berg sieht mich zumindest keiner vom Westen kann man ja da hinten auf den Hügel und dann hier rüber schießen ja das ist eine Variante ja oder hinten äh im im Norden der Berg ja dann sehen die nur Alex und dich wahrscheinlich ja ich weiß nicht ob sie mich sehen weil ich lieg ja ja aber das sieht man ja trotzdem wenn man mit Sniper da liegt und zielt ja mit Sniper dazu müssen sie seine haben ja ja sniff my sack ja es ist ruhig oh jetzt fehlen aber einige hier aber die Schüsse waren ruhig also ich hab keine gehört habt ihr welche gehört? ja aber wer weiß wo der rumschleicht ja Bomber ist auch weit genug weg noch sollten wir aber im Auge behalten die Frage ist auch wenn die jetzt vor der Base alle stehen und einfach nur rechts und links warten dass wir rauskommen ja im Endeffekt genauso wie wir ja wir warten dass die reinkommen ja und wir haben noch unser Auto davor so voll auffällig weißt du ja oh jetzt geht es aber richtig ab da mhm das geht ab also auf jeden Fall die Schießerei direkt vor der Tür die warten jetzt mit Sicherheit dass wir rauskommen ja muss nicht sein vielleicht hat er die auch gewarnt hat der Blueberry das eigentlich überlebt? ne Blueberry ist auch gestorben Blackberry und Blueberry ja ok könnten aber noch 3 andere sein ne und die die getötet haben ja natürlich auch noch wie hieß denn der überhaupt den wir hier abgeknallt haben weiß keiner oder? ja keine Ahnung hab ich nicht gesehen ehrlich gesagt ja hab nur gesehen Alex hat ihn irgendwann geholt und dann war es das für mich wo sitzt du eigentlich Alex hinter diesen Dingern? ich sitz hier hinten bei den Metallfässern welche Metallfässer da rechts am Lagerfeuer am Lagerfeuer also da hinten da bist du das und wo ist Fresh? ich bin hinterm Wohnwagen hinterm Wohnwagen ok i4 ist dann rechts neben mir und vorne bei den Autos ist keiner oder? bei welchen Autos? die da drinnen stehen bei den Vans ne ne da ist keiner ist auch ne kackposi ja ok du kannst halt schön rausschießen ne von dort ja du wirst auch gut getroffen von dort ja wobei wenn du da hinten bist hinterm Van gehts dann wieder ruckzuck dahinter ich hab mich jetzt mal so hinter dem Wohnwagen gestellt dass mich auch keiner mehr abknallen kann neues Gas wir müssen ja aber nur bis zur Straße vor ok ich geh schon mal vor ja am besten wär eigentlich der Fluss sogar guck ob hier irgendwo einer steht sieht nicht so aus Auto hat noch 80% wurde also nur einmal von diesem Typen wahrscheinlich abgeschossen wahrscheinlich die Bombe drunter jetzt oder? so Miene Sprengfalle zum Fluss oder was? wär meiner Meinung nach am besten da brauchst du auch viele Büsche da Moskito River ja heisst der so? oh der heisst der ja der heisst der ja aber ich glaub der Name ja das war grad leck hier bei mir immer noch boah jetzt puh todes leck ich hab immer noch todes leck boah mega leck fliegen wir? fliegen wir? ah jetz nein oh wir sind geschossen immer wieder leck? ja ja fuck ey was leckt denn hier grade so? keine ahnung rechts steht jemand bei dieser Base einfach nur weiter fahren der schießt auf uns? ja ich drück einfach Turbo damit jetzt leckt es auch nicht mehr ganz so krass ja sehr viel mehr werden wir dann wenig mehr fahren also ich kann nach rechts gar nicht schießen weil der Nazis Kopf ist ne ich kann nicht nach links schießen weil er dein Kopf ist ihr könnt auch einer kann STRG 5 drücken dann sitzt er hinter den anderen Vorsicht ich würde nicht hier rechts bleiben ne da ist nur zu gefährlich hier zu gefährlich vor allem ist sind zwei Wohnwegen glaub ich zu da hockt sich jemand hier ist der Fluss auf jeden Fall ja dann können wir hier ein Stück entlang fahren ja oder hier rauf oder? beim Wald oben ja einmal übersicht hier oben beim Wald Sparkplugs lass ich trennen falls wir direkt los müssen dann passt das Airdrop ist nord-nordwestlich die Flugschneise ist nicht bei uns das ist gut die ist äh quer waagerecht heißt das haa jetzt ist es mir eingefallen und wer hat in dieser Runde schon wieder eingetötet? ich reicht aber wenn du einen tötest oder? ja die Sache ist jetzt hast du deinen Kill für diese Runde schon verbraucht wenn ich den letzten töte ja das ist das Problem du hast deinen Kill für die Runde schon verbraucht du hast keinen mehr also wir sitzen jetzt quasi mittig in der Map drin jetzt irgendwo schießt jemand das ist ein Rund von Norden oder? ja ja nordöstlich hätte ich das eher geschätzt aber ja oben vom Hügel glaub ich ja da irgendwo die Ecke auf jeden Fall jetzt kommt erstmal das Gas der andere Spieler kommt bestimmt gleich um nachzugucken ob da einer im Auto sitzt na soll er im Auto gucken und sobald er im Auto sitzt kommen wir hier hervor ja die Schüsse waren West-Süd-Westlich ja weißte ich sitze hier echt ungünstig ja das habe ich auch gerade bemerkt ach du läufst dabei ja weiter wohin willst du? nicht zum Einbaum geh weg hier jetzt laufen sie alle wieder weg hier ja der Airdrop kommt Nord-Nord-Westlich geh mir nicht auf den Pelle ich geh hier hinten hin geh mal wieder zurück Bayer zum anderen Baum ich will nicht mit dir am Einbaum das ist so schlimm dass sich mein Charakter nicht bewegt also immer ja du hast immer noch den Pappen ich habe diese diese Kampfposition mit den Fäusten achso neues Gas ok wir müssen wieder hoch und meine AR das sieht so heftig aus alle Mann einsteigen ja ich komme eine neue Runde eine neue Extrafahrt das Geile ist ich stehe im Auto ich schaue aus als ob ich bei so einem Panzer durch eine Luke oben schauen würde ne bei mir nicht du kannst auch glaube ich nicht springen oder so ne ne zumindest sieht es nicht so aus ich glaube das funktioniert auch nicht wenn du an der Kante stehst oder so das hatte ich auch dann wollte ich in die eine Base rein und musste echt vorne reingehen wohin fahren wir jetzt überhaupt mal kurz abchecken ok das ist ein bisschen kacke wir können links in den Wald vielleicht ne na das Problem ist hier ist komplett offene Fläche die einzige Schutzquelle sind Steine sind Steine oder da links oh apropos Steine jetzt brennt das Auto wir können es gleich nicht mehr benutzen wir müssen es stehen lassen ja du hast es versaut Fläsch ja 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 das ist hier die Straße das ist hier der einzige richtige ja oder ja das ist der Wald das ist hier rechts im Land hoch oder quasi da wird irgendwo geschossen ja da hat bei der Base sind die die schießen auf uns oh die schießen auf uns ja stehen beim Auto das ist ein Jeep ok aussteigen 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 alle raus 15 noch der Bomber hat zwei geholt nice vielleicht waren das genau die zwei aber glaube ich nicht ja ich glaube wir sind zu weit ja ich will auch ein Stück rüber laufen eigentlich westlich mit den Bäumen hier bis hin nach Osten bis hin nach Osten der mit seinem Jeep kommt doch bestimmt gleich das kann sein ne aber dann fährt er erst zum Auto wenn er das da rauchen sieht glaube ich zumindest ist ne ne das sind die machen so ein südlich 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 ja aber trotzdem weißt es nicht Nächster Bomber haha Saddam Saddam Hussein wir brauchen ein Auto na soll der da hinlaufen wir haben genau fünf Leute gegen uns ne sechs wir sind nur zu viert ach ja wir sind nur zu viert am hügel am welchen äh im süden im süden ist so ein strommast da ist ein hügel und da laufen die ok da ist ein Auto und da rennt der hin und her naja das passt lass ihn laufen wie ein aufgeschrecktes Hühnchen ja lass ihn laufen wo ist der mit seinem Jeep abgeblieben das ist der Jeep ja links beim Haus beim Haus ist ein Auto vorbeigefahren ja hinten noch einmal ein Jeep jaja das ist wahrscheinlich der oder der ist da rüber gefahren wahrscheinlich genau ich schau ich schau nach süden und da ist der andere Jeep ah ok also zwei Jeeps da sind zwei Jeeps da sind zwei Jeeps und da ist einer der liegt links irgendwo im Wald neben am Auto na jetzt ist bloß die Frage wo ist die nächste Safe Zone na das werden wir gleich sehen ja und genau der Jeep fährt weg hinten beim Haus Irgendwer schießt ja bestimmt auf den Jeep geschossen kann sein ich bin mir da nicht sicher das hört sich an wie wenn der bei uns wäre zwei Minuten ah wir können glaube ich ein Stück vielleicht noch nach Osten aber dann sollte es gut gehen ich glaube wir bleiben hier erstmal erstmal warten erstmal warten sind nur noch fünf gegen uns und das sind mindestens zwei Teams sechs sind gegen uns ja sechs ja aber das sind mindestens zwei Teams ja wahrscheinlich eh wieder nur fünf weil es bei fünf schon wieder auf hat oder so wie vorhin ok da wurde jemand fürs Sheeting gebannt ja schönen Tag noch drei Stück direkt Slayer, Fisker und H17M4 oder sowas ja Hitman soll das heißen der hitzet jetzt nicht mehr ne das Auto steht auf jeden Fall noch da drüben mhm mhm eieieiei das ist denn hier für ein Pfeiler ist hier eine Base oder sowas in der Nähe na rechts von uns also südlich irgendwo müsste eine Base sein oder südwestlich sogar ja genau weil da sehe ich nämlich irgendeinen Pfeiler da könnte nämlich jemand drin sitzen oder? das ist die Base wo du explodiert bist neben dem Auto ach Gott ja ok da weiß ich auch wo ich sitze genau den Baum wo ich gestartet bin zum explodieren so ungefähr jedenfalls ja also kannst du davon ausgehen dass das eine ein Zweierteam ist und das andere ein Viererteam weiß ich nicht ne der eine Typ mit dem Auto da drüben war tatsächlich alleine ok 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 dann ein Einser Team ich glaube nicht dass noch ein anderes Fünfer Team da ist ne aber drei oder vier sind sicher noch da also damit kannst du rechnen dass es noch ein Vierer ist ja die schießen wieder das ist gut solange sie nicht auf uns schießen ja immer sehr willkommen Schüssel wie viele First Egg Kits habe ich? ach das sollte reichen vier Stück ich hab noch eins ach äh eins gar keins ja in Österreich nimmt man direkt die Cyan-Cardien-Kapsel wenn es vorbei ist ja na Airdrop am besten direkt vor unserer Nase ja ich glaube nicht dass er einen Airdrop äh das war rechts das kam aus dem Westen ich glaube eher Osten oder? ich hab keine Ahnung nein nein das hat das hat das schallt hier auch so doll doch Osten Ost-Nord-Osten Ost-Nord-Osten habe ich das gehört ja also links vor euch quasi ja ich renne mal ein paar Bäume weiter nur zur Sicherheit oh neue Safe Zone wo müssen wir denn hin? na deswegen renne ich ein paar Bäume weiter um zu gucken der ist da am am Strommasten da vorne ich hab den gesehen im Osten von mir ja aber wie wo müssen wir wie können wir jetzt noch hin? na nicht viel weiter aber ein bisschen nach Osten könnt ihr noch da sind zwei glaube ich das ist ein Team wenn ich grad richtig gesehen hab die laufen da am Str- wer ist denn bei mir noch? von euch gar keiner mehr ich weiß nicht wo i4 ist ich bin hier oben links von links von fresh der ist am Strommasten buckt aber ab und zu weg weil Renderdistanz zu hoch also sieht der mich auch nicht das ist gut da ist einer am Baum das bin ich wahrscheinlich oder? mit dem blauen Helm ja blauer Helm der hat keinen der hat keinen Helm das ist unser das ist äh oh ey wie der Pfeil erst auftaucht wenn wenn man um den Baum rum gegangen ist also einer war beim Strommasten den sehe ich aber gerade nicht mehr wir müssen auch darüber gleich in zwei Minuten es sind noch acht das Gas kommt ja das Gas ist jetzt stehen geblieben aber wir haben zwei Minuten dann kommt das neue Gas der Airdrop kommt jetzt da vorne das könnte unsere Chance sein die zu holen weil die sind da direkt auch am Airdrop der leuchtet auch schön bunt ah ihr seid hinter mir also einer war zuletzt am Strommasten ich weiß nicht wo da jetzt ist genau vor uns der Strommasten Ost-Nord-Osten also irgendwie rechts von rechts müssen wir rechnen also aus dem Süden dass auch noch irgendeiner kommt wo ist denn das Flugzeug jetzt ungefähr hinten ist da gerade einer langgelaufen beim Strommast läuft einer zwei ja ah da links ja ich sehe ihn ja ich sehe es auch drei oder die laufen jetzt hin die laufen jetzt hin ja ich geh einen Baum weiter vor drei sind dort drei noch mal feuern ich bin getroffen oh fuck ich muss mich schnell verbinden die haben sich glaube ich beim Turm verschanzt ja ich kann auf die Entfernung mit meiner Schrotenflinte bringt das mal gar nichts ne kannst du das Schießen noch sein lassen kannst du eher die Faust noch nehmen ja aber es ist noch acht Schüsse im Jahr ja der eine sitzt da hinten am Betonfall ja wir müssen gleich rüber das ist das Problem das Gas kommt was machen wir ist die Frage was machen wir Jungs sag mal einer was äh rechts rüber oder irgendwie so rechts außen vorbei okay okay ich rein rüber okay ich rein rüber irgendeiner ist getroffen worden grad ich nicht ich nicht die schießen aber auf mich auf mich auch ne gas weiss wir müssen noch rüber ich bin drüben seid ihr hinter mir ne oh fuck ich bin im Gas ja ja einer ist am Gas gestorben einer ist am Gas gestorben neues Gas kommt in zwei Minuten das Haus noch im Gas ja ja also ich bin auch gleich tot da haben wir grad noch ein Ding rein ein Kit ja ich bin gleich tot ich nehm noch ein First Egg äh ne Bandage ich seh einen laufen ja ich auch der hat sich entweder hingelegt oder er ist tot ja der hat sich hingelegt ach Bayer ist hinter mir neust ja ich bin auch hinter dir okay sind noch sechs da fehlen noch mehr ja sind noch drei insgesamt ja hinter uns ist noch ein Haus ach nee das ist auch ein Gas das ist ein Gas der Schieß pass auf duck dich hier äh ich lieg flach auf dem Boden noch besser wo ist das neue Gas wir sind wir sind glaube ich safe mach sie fertig einer läuft da rechts oh fuck du hast mich getroffen ja ich geh weg schieß ich verbinde mich also ich hab nichts mehr zum schießen das ist schlecht der ist rechts wirf deinen Körper in die Menge pass auf der schießt auf uns ja der ist rechts hinter dem Felsen ja ich seh ihn er schießt lass ihn schießen Alex bist du noch am Leben ja ich bin hinter euch nein die Waffe ist nicht oh fuck aus Versehen aufgestanden warum oh bin ich hier auf einmal höher ich bin auf den Stein gelaufen fuck auf der anderen Seite oh fuck 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 wo ist der andere die flankieren uns ja ich seh den anderen nicht links ja weiß ich auch nicht ich kriech zurück ich kriech hinten hinten an Stein ah ich bin getroffen ich bin tot oh fuck oh fuck ja die müssen glaube ich zu uns ja du hast es richtig erkannt bei ja aber die wissen wo wir sind wir wissen auch wo die sind wer kommt ich bin getroffen nicht gegen die Wand ballern das bringt nichts Molly okay pass auf fuck 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 der Molly hat mich ich bin tot du auch fuck du brennst ja wir sind 3 2 1 Bayer brennt nicht mehr jetzt dritter oh man ja wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollt ein Abo schaut auch bei den anderen vorbei bis dahin haut rein tschau